Heiho und herzlich willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm mit Tibi Let's Play auf dem Deck der Libra. Ja, dieses einst prachtvolle Frachtschiff liegt nun mitten in der Wüste brach und offenbar haben wir die letzten Kryptoknechte sogar noch vertreiben können. Und ein Blaulicht zieht bei mir am Fenster vorbei, sehr schön. Ja, das war wahrscheinlich die Kryptoknechte gerade. Aber das Gute ist, sie haben glücklicherweise nicht alle Pokémon, die hier verfrachtet werden sollten, für sich krallen können. Ein kleines Mobile ist denen entkommen. Und zwar leider auch, aber ich laufe jetzt einfach mal ganz optimistisch hier die Treppe runter und suche es draußen mal. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es sich vielleicht auch draußen irgendwo vor uns versteckt hat. Es schien ja doch sehr scheu zu sein. Vielleicht ist es auch hier irgendwo in der Ecke. Nee, okay. Dann wage ich es trotzdem draußen mal. Ähm, hoi. Halt, hier kommt keiner vorbei. Äh, ich merke schon. Ich bin Brutus von Team Krall. An deiner Stelle würde ich mir das merken. Ja, genau. Merk dir das. Merk dir den Namen. Ruhe. Sag mal. Du... Du hast gar keine Ahnung, wer oder was Team Krall ist, stimmt's? Vor nicht allzu langer Zeit erzitterten die Leute noch bei unserem Namen. Tch. Ach, was soll's. Wir krallen uns jedenfalls wieder Pokémon. Wie früher. Und terrorisieren die Welt. Und dazu nehmen wir uns jetzt deine Krallmaschine. Bitte was? Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß, dass du ein starker Kämpfer bist von so einem Kram. Aber so weit lasse ich es gar nicht erst kommen. Du, Flo, setz deinen Schlafpuder ein. Sofort. Und du träum süß, mein kleiner... Was? Was? Wie? Äh, was? Ja, ja, ja. Da haben wir sie nun endlich. Wir haben die Krallmaschine. Schnell, zurück in unser Versteck. Ja, Brutus. Ach, stellt euch mal vor, wie froh Dracrall sein wird. Hahaha. Äh, äh, was? Wo bin ich? Oh, es war kein Traum. Verdammt. Oh, hier bin ich. Oh. Ey, hi, mein Freund. Hi. Bist du endlich wach? Die haben sehr übel mitgespielt. Geht es wieder? Ja. Diese Bande da von vorhin, das war doch... War das nicht Team Krall? Was wollten die denn von dir? Michael erzählt, was passiert ist. Ist nicht wahr. Von all dem habe ich nichts mitbekommen. Team Krall ist eine Bande von Halsabschneidern. Wir haben mithilfe von Team Krypto Pokémon gekrallt. Man hat seit Jahren nichts mehr von Team Krall gehört. Ich dachte, die wären weg vom Fenster. Hm, wohl eher nicht. Sieht so aus, als müsstest du dir das Ding wieder zurückholen, das sie dir geschohlen haben. Also, ich glaube, die sind nach Norden gelaufen. Sie verfolgen diese andere Gruppe von Gangstern. Vielleicht solltest du hinterher. Nach Norden? Es ist hier in der Nähe. Im Norden des Crow Canyons. Okay. Ich frage mich, ob die MOBA auch mitgenommen haben. Du hast es nicht gesehen, oder? Wie bitte? Du meinst, diese andere Gangster-Bande war Team Krypto? Da hast du dich ja ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Ja, kann man so sagen. Und es ist doch sehr auffällig, dass beide Gruppierungen auf einmal so relativ zeitnah auf der Bühne wieder erscheinen. Ich meine ja nur. Ich gucke da oben nochmal, ob MOBA vielleicht zurückgelaufen ist. Kann ja auch sein, dass es hier wieder zurückkommt, oder? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Nee, ich muss nur einen runter, ne? Ach ja. Ah ja, 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 ja. Schiebe Rätsel hin und her. Ach, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, dass MOBA dann da sein wird. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Und wir verfolgen erst mal die Typen. Ich glaube, das wäre sinniger. Ich habe nämlich wirklich ein ganz doofes Gefühl bei. Ein ganz doofes. Ach, und da fällt mir ein, ich wollte ja mal wieder beim P-Stellchen-DA reingucken. Wegen unseren Krypto-Pokémon. Ah, okay, die brauchen noch. Die brauchen alle noch. Traster können wir erlösen. Wäre vielleicht jetzt auch gar nicht mal so verkehrt, dass wir dann quasi das sechste Teammitglied willkommen heißen können. Und ich hatte nämlich lange, wirklich sehr lange überlegt, ob wir jetzt Trassler oder Pupanz ins Team nehmen. Weil ich dachte mir, irgendein Psycho-Pokémon wäre schon ganz praktisch. Im Kampf gegen diverse Gift-Pokémon und alledem. Und ja, da habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, sollte ich vielleicht doch Pupanz so eine Chance geben? Ich meine, Bodentyp in Kombination mit Psycho könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und zumal ist Lepomentas, die Weiterentwicklung, ja auch so ein bisschen tanky. Angeblich, soweit ich mich erinnern kann. Aber andererseits, seien wir mal ehrlich. Und der süßes kleine Trassler ist jetzt als erstes drin mit einer Erlösung. Also darf es auch als erstes ins Team. Wurde ich mal sagen. Dann kann es sich da austoben. Wir bräuchten allerdings, ja, noch ein sogenanntes intaktes Pokémon. Damit der letzte Funk Liebe überspringt. Und das darf mein Helferlein sehr gerne übernehmen. Also dann würde ich sagen. Let's go! Die Tür zum Herzen von Trassler ist offen. Trassler erinnert sich nun an die Attacke Schockfelle. Oh, interessant. Eine recht zuverlässige Elektroattacke. Und Trassler erinnert sich nur wieder an die Attacke Gesang. Yay, und ein Bändchen noch dazu. Gut. Jetzt muss ich hier natürlich wieder darauf zugreifen. Denn zum einen möchte ich meinen Helferlein gerne wieder ins Team zurückholen. Und da in der Box sehen wir auch schon das kleine Trassler. Wobei wir halt, wie gesagt, sehr viele interessante Alternativen haben. Ich meine, Tanzer, beziehungsweise Fostelker, Stahl, Käfer, auch Tanki. Können auch drüber nachdenken. Nacho, Flugpsycho. Wird zu Skatu. Auch nicht verkehrt. Klar hätten wir jetzt Flamara nicht als Starter gehabt. Hätte ich mich auch damals für Hunduster entschieden und alles mögliche. Also man kann ja wirklich auf vielerlei Arten ein richtig gutes Team zusammenklöppeln. So, dann mache ich das bitte einmal so rum. Und einmal so rum. Denn Trassler braucht nun Erfahrungspunkte. Ähm, wie viel hast du denn noch? Äh, ja. Gut, machen wir das mal so. Ich nehme dir mal bitte den IP-Taler weg. Und gebe den Trassler. Wo ist er? Wahrscheinlich ganz unten jetzt, ne? Natürlich. Oh, man hat viel Kram hier. Okay. So, einen Krümmlöffel kriegst du bald wieder. Der verstärkt immerhin Psycho-Attacken. Um Seemobs müssen wir uns später auch noch kümmern. Aber erstmal ihr beiden. Da habe ich so ein bisschen, ich weiß nicht, eben hinter Kopf. Äh, und ich glaube, das machen wir am besten... Wo machen wir das denn? Ich würde sagen... Beim Duellplatz. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen. Apropos, einmal ganz kurz gucken. Wie viel haben wir? Sechstausend, paar zerquetschte. Also, ist noch Luft nach oben. Sehr viel Luft nach oben. Äh, doch, hier. Pyritus. Düsen wir mal hin. Sieht so ein bisschen aus, als ob wir einen Staubsauger befahren würden. Aber gut, okay. Wir kämpfen uns erstmal gegen Kale. Der steht ja so gelangweilt rum. Dann können wir da schon mal kämpfen. Und vielleicht noch ein, zwei Trainer auf dem Duellplatz. Mit Kirlia und Granbull. Das betrifft sich irgendwie sehr gut. So. So, mein kleines Trassler. Guck dir mal an, so was du dich gleich mal entwickeln kannst. Äh, Hust, Hust, Spoiler. Naja, egal. So, ähm. Ja, Schockwelle. Wobei, ich kann mir vorstellen, naja, wenn Granbull einmal zu beißt. Komm, weiß was. Wir machen direkt mal einen Tausch. Äh, äh, äh. Dank des... Dank des, dank des... Lass mich nicht rügen. Das EP-Teilers. Mir entfällt gerade der Name. Dank des EP-Teilers bekommt Trassler trotzdem noch sehr viele Erfahrungspunkte. Quasi den Löwenanteil davon. Guter Treffer, aber gut eingesteckt. Ähm, von einem Tackle so viel? Seemops, wir müssen bald mal reden, ne? Aber gut, vielleicht sieht das gleich wieder ein bisschen anders aus. Komm, wir machen jetzt nochmal einen Durchbruch auf Granbull. Ist jemand auch sehr effektiv. So, rums die Bums. Aber nicht ganz so stark, ne? Gut. Granbull ist halt weiterentwickelt, ne? Also, da sind die Verteidigungspunkte natürlich ein bisschen höher. Auch bei Level 26, ne? Im Verhältnis. Ich bin sehr froh, dass ich dir Überreste gegeben habe. Dann kannst du dich wenigstens so ein bisschen retten. So, wunderbar. Ein geschmeidiger Abgang. 500 und ein paar zerquetschte Anerfahrungspunkten. Soviel zum Löwenanteil. Seemops bekommt trotzdem ein Level-Up. Wunderbar. 3 KP Plus. Okay. Blanas kommt als nächstes. Du heilst dich mit Überresten. Wunderbar. Pass auf, wir machen das direkt mal so. Und dann so. So, wir haben den Lichtschild damit auch zerstört. Das trifft sich sehr gut. Ein Aurora-Strahl ist ja an sich eine spezielle Attacke. Die wir aber leider nicht mehr sehen werden von Seemops. Auch mein Kleines. Oh, na gut. Wollen wir es mal auf die flauschige Tür. Äh, Tour. Ja. Das viele Plüsch hat es abgefangen. Dafür kriegst du jetzt einen Flammenwurf zu spüren. Und wir nehmen auch nochmal einen Durchbruch von Heferlein. Vielleicht kommt es ja auch gleich zum großen Durchbruch. Hier im Let's Play. Man weiß es nicht. Oh, ein Hundemann. Interessant. Machst du schon irgendwie... Majestätisch aus. Wie soll ich sagen? Es ist halt eine Anlehnung auf einen Dobermann. Und... ...Hardis. Also es ist irgendwie... ...schon sehr cool. Hi Gott. Dafür haben wir ein super flauschiges Flamara. Also von daher, ich bin zufrieden mit dem, was wir haben. Okay. Okay. Sieht trotz allem sehr gut aus. Ich denke mal, Ruckzuck-Keep wird es nun abschließen. Rumsibums. Rumsibums. Jawohl. Hundemann wurde besiegt. So. Trassa erhält ein Level-Up. Level 21. Okay. Angriff und Verteidigung gehen zwar nicht hoch, aber... Egal. Egal. Dafür erlernst du nun eine neue Attacke, nämlich Gedanken. Gut. Interessant. Erhöht Spezialangriff und Spezialverteidigung durch Konzentration. Okay. Ich erinnere mich an Warblue. Unser kleines, flauschiges Warblue, das wir ja mal trainiert haben bei Pokémon Colosseum, was ja auch Gesang hatte. Wo ich auch dachte, ja, Gesang ist eigentlich eine gute Idee, von wegen, wir können die Gegner einschläfern, aber es trifft ja nicht immer. Ja, also genau, ich kenne 5,50, das ist ja... Ja... Hm. Kann man drauf verzichten, ne? Vor allem... Nee, Schockwelle kann nicht paralysieren. Aber vielleicht die eine oder andere Attacke, die wir ja noch bekommen könnten. Von daher würde ich sagen, Gesang... Können wir mal wegnehmen. Auch wenn Trassler mit Sicherheit eine wunderschöne Säuselstimme hat, kann ich mir sehr gut vorstellen. Verzichten wir da drauf. So, und Flammarie hat auch noch ein Level ab. Wuhu, wunderbar. Und wir haben Kayle erneut besiegt. Danke für das wunderbare Rematch. Ich dachte, mein Team sei stark. Naja, ist es schon, aber meins ist besser. Huch, Trassler entwickelt sich. Ja, sowas. Ich hab's ja vorhin schon verraten. Und wir haben's ja eigentlich auch gerade schon gesehen. Die neue Form. Einer prima Ballerina. Glückwunsch, dein Trassler wurde zu Kirlia. Schön. Ja, jetzt hast du natürlich wieder deinen obligatorischen Text. Ist klar. So, Kirlia. Und? Bin auf dem fälschen Feld gelandet. Entschuldigung. Ich wollte gucken. Kirlia. Deine Werte. Sind für den Anfang jetzt gar nicht mal so schlecht. War gut. Da ist jetzt ein bisschen mehr. Aber es pendelt sich ein. Es wird sich einpendeln. Und, ähm, ich geb dir mal den Krümelöffel auch wieder. Bitte schön. So, was ist mit dir? Okay. Dann machen wir das jetzt mal so. Äh. Na gut. Eigentlich brauchst du noch mehr Erfahrungspunkte. Streng genommen. Aber. Wie viel Zeit haben wir hier? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nee. Dann machen wir das jetzt anders. Für diesen Part möchte ich das bitte so haben. Wie es jetzt gerade ist. Ich gehe nochmal ganz kurz zum Pokémon Center. Beziehungsweise halt zur Pyrrhus. Nee. Kolosseum heißt es ja hier. Zum Pyrrhus Kolosseum. Wo ja auch ein Vitalisator zur Verfügung steht. So. Ich könnte mich eigentlich auch nochmal beim Kolosseum einschreiben. Aber ich glaube, das mache ich ein anderes Mal. Ups. Da sind wir die Krim Arena, die nun auch wieder eröffnet wurde. Da können wir später nochmal unser Können beweisen. Wo ist der Erste? Da ist der Erste. Hi. Ja, ja. Mir ist völlig egal, welcher Gegner da ist. Hauptsache es wird gekämpft. Hm. So. Er kämpft mit Schneckmark und Nato. Welch Zufall. Wir sind im Vorteil. Es ist wirklich ein interessanter Zufall jetzt, dass wir hier ein feuriges Schneckchen vor uns haben, was eine Aquaknara bestimmt nicht so gut vertragen kann. So. Nato kriegt gleich Hefferleins Finte zu spüren. Oh, das setzt Lichtschild ein. Okay. Wie praktisch. So. Und. Klatsch. Volltreffer. Da hat selbst der Lichtschild nicht mehr funktionieren können. Hehehe. Voll ins Schmerze. So. Leider nicht so viele Erfahrungspunkte. Okay. Aber immerhin so ein bisschen, ne? Ein Duflor. Sabbatier mal eben fröhlich rum. Ja. Passiert. Noch mal eine kräftige Finte. Jawohl. Hast du gut gemacht, mein Hefferlein. Und hey, du hast Level 30 erreicht. Wunderbar. Das freut mich für dich. Jetzt kriegst du's wieder. Jetzt kriegst du's wieder. Bäm. Jetzt siehst du Farben. Hehe. Hey. Nom, 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 nom. Ich will gar nicht wissen, was für Reste unser kleines Seemöpschen da die ganze Zeit ruck. Künderbatsch. Okay, das war nicht so stark, aber immerhin ein bisschen. Und ich denke, der nächste Aurora-Strahl wird den Rest erledigen. Janel vielleicht? Ja, sicher. Warum zweifeln? Yay. So. Okay. Yay, wir haben gewonnen. Gut, wieder ein bisschen Geld verdient. Nicht viel, aber immerhin. Oh. Helferlein. Plausch, Plausch. Du bist sicher. Helferlein. 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 Lein, lein. Hm. Muskeln. Hm. Glückwunsch. Dein Helferlein wurde zu einem Ursa-Ring. Muskeln. Jo. Finde ich super. Super, super. Richtig super. Denn man muss sagen, auch wenn Ursa-Ring vielleicht nicht mehr ganz so knuddelig ist wie Teddy Ursa, muss man sagen, da ist ein Sixpack unterm Speckmantel. Also, ihr seht es ja. Eingriff 86 bei Level 30. Da kommt viel rum. Unfähigkeit, Alternalin. Das heißt, der Angriffswert steigert sich bei jedem erlittenen Schaden. Also, ne, wenn Ursa-Ring mal angetackelt wird, ist es stinkt selber. Und das spürt man im Kampf. Also, ich bin wirklich froh über diese Entwicklung. Und, ja, Ursa-Ring ist trotzdem ja immer noch sehr flauschig. Vielleicht ein bisschen brummig manchmal, aber flauschig. Und ich bin sehr froh, dass wir diese beiden Entwicklungen schon haben, in diesem Part. Sehr gut. Ja, jetzt natürlich noch die Frage, sollte ich den Epitale jetzt wiedergeben, wäre wahrscheinlich doch von Vorteil, ne? Aber mir war halt sehr wichtig, dass unser Helferlein noch die nötigen Punkte bekommt. Und, ähm, als nächstes wäre eigentlich Magnaion jetzt wieder dran. Kirlia lasse ich jetzt erstmal ein bisschen weiter hinten, weil, ich meine, wenn wir jetzt in Zukunft noch stärkere Gegner vor uns haben werden, dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, dann ist es vielleicht doch besser, wenn sie erstmal nur zuschaut. Ne? Ne? Unser kleines Mädchen in der Männerrunde fällt mir jetzt erst auf. Huch. Naja, passiert. Naja, ähm, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Pokémon XD Der Dunkle Sturm. Also, tschüss!